Im Internet nach Reisen suchen, Angebote aussuchen, dies und das und dort durchsuchen, Vergebens suchen, unbedingt untersuchen, alles absuchen, weitersuchen, das Weitersuchen. Hör auf zu suchen, fang an zu finden. Kajak, das Reisetool, durchsucht hunderte von Reisewebseiten, ohne dir was anzudrehen, damit du die beste Entscheidung treffen kannst. Untertitelung des ZDF, 2020